Entdecken Sie eines der erstaunlichsten Reiseziele der Welt. Ecuador. Schneebedeckte Vulkane, das Andenhochland, der Amazonasdschungel und die überwältigende Fauna und Flora. Ecuador ist ein wahres Naturwunder. Über 320 Säugetierarten leben dort und fast 1600 Vogelarten geben sich landesweit ein Stelldichein. Einzigartig auch die prachtvollen Städte aus der Kolonialzeit und die farbenfrohen Märkte. Ecuador besticht durch eine unglaubliche Vielfalt und bietet auf einer Fläche, die deutlich kleiner als Deutschland ist, die ganze Faszination Südamerikas. In der Hauptstadt Quito, die 2800 Meter über dem Pazifik liegt, stoßen sie auf die größte Ansammlung bedeutender Kunstschätze Südamerikas. Bereits 1978 hat die UNESCO das historische Zentrum als erstes Weltkulturerbe überhaupt unter Schutz gestellt. Und mit dem Titel Kulturhauptstadt Amerikas 2011 wird das kulturelle Erbe jetzt erneut gewürdigt. Die Kolonialarchitektur Quito ist ein Meisterwerk und lässt sie immer wieder staunen. Auch an dem Treiben auf dem weltberühmten farbenprächtigen Indio-Markt von Otavalo werden sie sich kaum satt sehen können. Übrigens, den Begriff Indio, der in der westlichen Welt weit verbreitet ist, sollten sie gegenüber Einheimischen lieber nicht benutzen. Das könnte als Beleidigung aufgefasst werden. Die Ureinwohner Äquadors nennen sich selbst Indigenas. Viele von ihnen leben in den Bergdörfern rund um den majestätischen Cotopaxi. Für die Einheimischen ist er ein heiliger Ort und für Besucher Äquadors ein äußerst beliebtes Fotomotiv. Keinesfalls fehlen auf einer Reise durch Ecuador sollte Quenca, eine der schönsten Kolonialstädte Südamerikas. Fast jede Straße und jeder Platz in der stimmungsvollen Altstadt ist eine Augenweide. Einen reizvollen Kontrast zu Quenca bietet die moderne und tropische Hafenstadt Guayaquil. Eine der Attraktionen dort sind die vielen freilaufenden Landleguane. Für Reisende aber auch von enormer Bedeutung, Guayaquil ist das Tor zu den Galapagos-Inseln. 1000 Kilometer vom Fetzland entfernt konnte sich dort eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt entwickeln, die es sonst nirgendwo gibt. Und es ist fantastisch. Die Tiere, die hier schon seit Jahrhunderten völlig ungestört leben, sind überhaupt nicht scheu. Die Wunderwelt von Galapagos mit eigenen Augen zu sehen, das sind unvergessliche Momente, für die der passende Superlativ erst noch erfunden werden muss. Denn nur dort können sie die exotische Tierwelt wirklich ganz hautnah und authentisch genießen. Dazu sogar noch jede Menge Sonne an einmalig schönen Stränden tanken. Die Galapagos-Inseln und das Festland von Ecuador bieten wirklich alles, um unter den schönsten Reisezielen der Welt einen Spitzenplatz einzunehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017